So, jetzt machen wir heute das B-Horn mit die B-Griffweise. Das C ist mit Null gespielt, das klingt. Das D ist mit 1-2 gespielt. Das E ist mit 2 gespielt. Das F ist mit Null gespielt. Und das G ist mit 1 gespielt. Ich spiele es nochmal. C. D. E. F. G. Und nochmal. C. D. E. F. F. G. Danke. Okay, und das nächste Video. Wir machen. die